Tagebucheintrag aus dem Leben eines kleinen weißen Hundes Hallo Freunde! Heute war es wieder mal echt krass. Zuerst ab ins Auto. Ich bin so ein cooler Autofahrerhund, meint mein Frauchen und die weiß, von was sie spricht, denn sie hatte auch schon sogenannte Speitschüsseln. Keine Ahnung, was das wiederum ist. Ich jedenfalls finde Autofahren echt super. Alles ist interessant. Vorerst bin ich noch in meiner schicken Karotasche angehängt auf Frauchen Schulz, weil hinten sitzt die krankige Gouvernante, obwohl schön langsam knacke ich auch die, wird schon. Eine große Runde im Park gemacht, danach ab ins Einkaufszentrum, weil Frauchen meint, auch das muss ich kennenlernen. Da war ich so geflasht von den Eindrücken, der Musik, die vielen, vielen Leute und überhaupt, dass ich in einer kurzen Pause, während wir auf Herrchen warten mussten, er war schotten, was ohnehin selten genug vorkommt, meint die Frau, doch glatt auf ihren Schoß gelegen, na, eigentlich wie ein kleines Eisbärfell gehangen habe. Aber sie, also die Frau, sagt, ich muss alles schon so bald als möglich kennen, damit ich es später einmal leichter habe oder so. Danach war ich noch eine Runde im Garten toben und sehr ungehalten, als ich dann die Füße abgewischt bekomme, aber da lässt sie nicht reden mit sich, die Frau. Leider. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.